Hallo zusammen, ich bin Nicolas Hefliger. Ich bin im dritten Lehrjahr als Polymechaniker hier bei Trisa. Was ein Polymechaniker so den ganzen Tag macht, das zeige ich euch jetzt. In der CNC-Fertigung stelle ich ein Werkstück, das mir der Lehrmeister gibt, her. Am PC erstellt man mit Hilfe eines 3D-Modells ein Bearbeitungsprogramm. Das Coole an Trisa ist, dass ich über die ganzen 4 Lehren mit gleichaltrigen Lehrlingen zu tun habe. Und bereits in der Lehre mit topmodernen Maschinen arbeiten kann. Zusätzlich ist die Abwechslung zwischen der Arbeit am PC und an der Maschine gut ausgebalanciert. Bei der Instandhaltung ist man nicht der ganzen Trisa unterwegs. Man wartet und repariert die einzelnen Produktionsmaschinen. Zusätzlich stellt man die einzelnen Maschinen auf das richtige Zahlmischliere. Auch da muss man sauber und genau arbeiten. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in meinen Berufsalltag bekommen. Wenn auch du Freude an der Technik hast und gerne etwas mit den Händen machst, dann komm doch auf einem Schnupperlehr vorbei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.